Das ist die dritte Auflage von Ostirol Deluxe am Lenzer Hauptplatz. 15 Haubenköchinnen und Köche verböhnen uns jetzt hier für sechs Wochen und bringen das Beste aus Kulinarik aus der Region auf den Lenzer Hauptplatz. Besondere an der dritten Auflage von Ostirol Deluxe ist, dass hier live gekocht wird. Live Cooking nennt sich das Ganze und es gibt zwei Saletteln. Das sind die kleinsten Restaurants des Bezirks, die man sich reservieren kann und ein viergängiges Menü einnehmen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017